Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Der Bitcoin liegt aktuell bei 38.000 US-Dollar. Wir konnten hier im Chart die rote Box nicht nach oben überschreiten. Wir werden natürlich gleich einen Blick hier in den Chart werfen und uns angucken, wo die Reise als nächstes hingehen könnte. Ich möchte in diesem Video aber über eine aktuelle Thematik sprechen, über eine aktuelle Entwicklung auf dem Markt sprechen, die eine große Gefahr sein könnte für Bitcoin und auch andere Kryptowährungen. Es geht um regulatorische Themen, es geht um Börsen, um Future-Märkte, um Spot-Trading, was es damit alles auf sich hat, wie die Verbindung da zusammen ist. Darüber werden wir gleich sprechen und vor allem auch über die möglichen Folgen sprechen. Das könnte auf jeden Fall sehr spannend werden. Falls dir das Video gefällt, lass gerne ein Like da, das hilft mir wirklich sehr. Ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Video. Starten wir wie immer mit der kurzen Marktübersicht. Die Marktkapitalisierung liegt heute bei 1,6 Billionen US-Dollar, die Bitcoin-Dominanz bei 46%. Aktuell haben wir ja wieder den Rücksetzer jetzt, nachdem wir das Hoch nicht überschreiten konnten. Diese rote Box, die wir gerade schon im Chart gesehen haben, auch die Altcoins, gleiche Entwicklung im Prinzip. Ihr seht es hier auch rechts im 7-Tages-Chart hier auf CoinMarketCap. Heute in den letzten 24 Stunden ist der Markt ja ziemlich gemischt. Die meisten Altcoins und auch Bitcoin im negativen Bereich, aber einige können da sich entgegensetzen und sind sogar im grünen Bereich und können hier Profite hinlegen in den letzten 24 Stunden. Aber auch in der Bitcoin-Dominanz hat sich jetzt in den letzten 3-4 Tagen nicht wirklich viel getan. Da sind Bitcoin und Altcoins im Gleichschritt aktuell unterwegs. Ihr könnt euch bestimmt erinnern, in den letzten Tagen und Wochen habe ich euch immer wieder Meldungen gezeigt, die einmal die neue Entwicklung, was den regulatorischen Druck von Behörden auf Börsen aufgezeigt hat, allen voran Binance und nicht, weil Binance jetzt irgendwie was komplett Schlimmes gemacht hat, sondern weil sie einfach auch die größte Börse sind und damit auch der Fokus auf Binance von den Behörden dementsprechend auch sehr hoch ist. Wir haben zum Beispiel zuerst diese Meldung gesehen, dass ja die japanische Regierung eine Warnung ausgesprochen hat gegenüber Binance, weil sie entsprechende Lizenzen nicht haben. Danach folgte Großbritannien oder auch Kanada, wo verschiedene Dienstleistungen dann auch verboten worden sind. Inzwischen ist es auch so weit, dass wir auch in Deutschland solche Entwicklungen sehen. Auch bei Binance, ich habe jetzt eine Info bekommen, dass zum Beispiel Binance Deutschland und Binance die Partnerschaft jetzt hier beendet haben und jetzt aktuell Binance offiziell nicht mehr in Deutschland tätig ist. Ob das jetzt wirklich schwarz auf weiß jetzt schon komplett so fix ist, kann ich euch nicht sagen, aber vorläufig soll das jetzt aktuell der Stand sein. Wir sehen also von den Behörden immer weiter Druck. Und es gibt so Sachen wie UK, diese Meldung, das wir auch zum Beispiel gesehen haben und aber auch jetzt in Deutschland, in Europa, Binance hat zum Beispiel jetzt die Future-Funktion für Europa eingestellt, angefangen mit Deutschland, Italien und den Niederlanden. Und mit diesen Meldungen kommen natürlich jetzt auch die Banken. Wir haben zum Beispiel hier gesehen, HSBC erlaubt es nicht mehr mit Kreditkarten auf Binance einzuzahlen. Binance hat ja auch in Europa generell oder in Deutschland zum Beispiel auch generell Kreditkarteneinzahlungen unterbunden und deaktiviert, aber auch andere wie Santander UK verbietet jetzt auch ebenfalls Überweisungen zu Binance. Wir haben ja in den letzten Monaten und Jahren immer wieder über Gefahren für Bitcoin, für Kryptowährungen gesprochen. Faktisch ist es ja nicht möglich, ein dezentrales Netzwerk auszuschalten oder ja lahmzulegen, es sei denn, man macht eine 51%-Attacke, aber das ist sehr unwahrscheinlich bei Bitcoin zum Beispiel. Wir haben immer darüber gesprochen, die größte Gefahr wird es sein, falls die Staaten kommen mit Regulatorik, mit Verboten und die Fiat-Gateways schließen oder halt das Ganze erschweren. Was wir jetzt aktuell sehen, angefangen mit Future-Märkten, ist, dass wir ja die Future-Märkte eingestampft bekommen, dass verschiedene Börsen jetzt sehr vorsichtig sein müssen. Wir haben es jetzt bei Bybit gesehen, wir sehen es jetzt bei Binance und ich habe es schon in den Kommentaren, ich habe es ja zum Beispiel hier in dem Post auch auf Twitter dann geteilt gehabt, habe ich auch gesehen, ja es ist doch super, wenn die Future-Märkte weg sind, es ist ja gut, wenn nicht mehr geshortet werden kann, aber was dabei viele vergessen und gar nicht bedenken ist, heißt, dass Liquidität einfach vom Markt verschwindet. Wenn wir auf CoinMarketCap uns das Ganze anschauen, als einfaches Beispiel, jetzt hier 24 Stunden Volumen von Binance, die Spot-Funktion, also wo tatsächlich Bitcoins getradet werden und verglichen mit den Future-Märkten ist es ein sehr großer Unterschied für diejenigen, die nicht wissen, was der Unterschied zwischen Spot und Future ist. Auf den Spot-Märkten wird tatsächlich Bitcoin zwischen Personen gehandelt, auf den Future-Märkten wird nur der Kurs abgebildet und dann wird dementsprechend getradet. Die Kurse auf diesen Future-Plattformen bilden meistens den Kurs ab von verschiedenen Spot-Börsen, aber da ist auf jeden Fall das Volumen viel höher. Ich kann diejenigen verstehen, die zum Beispiel Hunderterhebel kritisieren und sagen, das ist alles Casino etc. Da bin ich voll bei denjenigen, die das so kritisieren mit hohem Hebel etc. Aber Future-Märkte sind wesentliche Bestandteile von Rohstoffen, Rohstoffen zum Beispiel von traditionellen Finanzmärkten. Wir haben zum Beispiel Future-Märkte schon vor 4000 Jahren gesehen in Babylon und zum Beispiel bei Rohstoffen wie Öl, Reis, Kupfer, Aluminium gibt es Future-Märkte und die sind essentiell für die Märkte, vor allem für Produzenten, für Lieferanten, für Kunden, die vor der Volatilität oder vor der Preisfluktuation die Risiken eindämmen wollen. Das kann man sehr gut mit Future-Märkten machen. Wir können es auch zum Beispiel bei Bitcoin-Minern übertragen, die wissen ungefähr, wie viel sie meinen werden in der nächsten Zeit, wenn der Kurs sehr hoch steht. Shorten sie auf der anderen Seite die Bitcoin-Kurse, damit sie, wenn der Kurs runtergeht, kein großes Risiko haben, um ihre Kosten zu decken, weil wenn der Preis dann runtergeht, machen sie Profite in den Future-Märkten, aber machen auf der anderen Seite halt Verluste auf den Spot-Märkten und das Ganze gleicht sich aus. Und Institutionelle vor allem brauchen Future-Märkte. Und wenn es keine Future-Märkte gibt, haben wir eine höhere Volatilität. Ihr müsst euch ja nur vorstellen, ich habe es ja immer wieder gezeigt in den On-Chain-Daten, wie wenig Bitcoins auf den Exchanges liegen. Und je weniger Liquidität wir haben, desto anfälliger wird der Preis, desto mehr Fluktuation, mehr Volatilität herrscht im Preis und das schreckt natürlich auch Institutionelle ab. Wir können das ganz klar über Arbitrage erklären. Es gibt verschiedene Marktplätze. Wir haben zum Beispiel Exchange B, Exchange A und dementsprechend passt sich der Preis auf den jeweiligen Börsen zueinander ein. Aber wenn wir sagen, die rechte Seite sind die Future-Märkte und es gibt jetzt nur noch die Spot-Börsen, jetzt natürlich, wenn man jetzt nur schwarz und weiß sieht, das wird natürlich so nicht kommen. Aber wenn man das Ganze so betrachten wollen würde, würde man halt auf den Spot-Börsen sehr einfach den Preis manipulieren können, weil es sozusagen kein Vehikel gibt, keine Liquidität auf anderen Börsen, auf anderen Märkten gibt, um da entgegenzuwirken. Weil wenn auf den Spot-Börsen der Preis niedriger ist, dann wird einfach auf der anderen Seite geschortet oder dementsprechend auf der anderen Seite gekauft und dementsprechend passt sich der Preis dann auch immer wieder an. Wenn wir weniger Liquidität aber zur Verfügung haben, können große Akteure kommen auf die Spot-Börsen, wo sowieso wenig Bitcoins auf den Börsen liegen, wo wenig Liquidität dann auch vorherrscht. Wir sehen es ja hier in dem Volumen auch sehr gut, dass da weniger getradet wird und dadurch werden wir dann eine höhere Volatilität sehen. Jetzt aktuell merkt man natürlich diese ganzen Geschichten nicht, aber wir merken natürlich durch diese ganzen Meldungen, dass der Trend dahin geht, dass das immer weiter verstärkt kontrolliert wird und dagegen auch vorgegangen wird. Wie es in der nächsten Zeit kommen wird, müssen wir natürlich abwarten, aber das ist eine sehr gefährliche Entwicklung, weil im Endeffekt Liquidität verloren geht. Und wir wollen ja im Endeffekt auch Institutionelle haben, wir wollen Unternehmen haben, aber wenn die Volatilität sehr hoch ist und vor allem die Gefahr für Manipulation hoch ist, desto vorsichtiger werden sie dann, desto abgeschreckter werden sie dann vom Markt und das ist natürlich sehr negativ. Ihr müsst euch einfach nur mal die ganzen Hedgefonds vorstellen, die über zum Beispiel die CME Bitcoin Futures auch handeln. Die haben auf der einen Seite zum Beispiel dann ihre Bitcoins, aber möchten zum Beispiel dann ihre Gewinne absichern, dann Shorten dann auf den Future-Märkten. Die Futures werden natürlich nicht geschlossen, aber das Prinzip sollte jedem klar sein. Und je weniger Liquidität dann vorherrscht, desto schwieriger wird das Ganze. Und wir sehen dann vielleicht Entwicklungen, die wir vor ein paar Jahren gesehen haben, wo ein großer Wahl dann auf die Börse gekommen ist, hat keine Ahnung wie viele tausende Bitcoins dann verkauft und hat den gesamten Markt bewegt und gelenkt. Und das wäre mit mehr Liquidität und mehr Börsen, mehr Future-Börsen natürlich auch schwieriger, weil man dann natürlich auch mehr Geld braucht, um den Markt zu lenken, um den Preis zu lenken. Also das ist meiner Meinung nach aktuell eine sehr große Gefahr und wir sehen ja aktuell auch, dass zum Beispiel Börsen dann auch mit den Spot-Funktionen dann auch zurückgehen und sagen, ja wir wissen jetzt noch nicht, wie es mit den Behörden aussieht, wir wollen jetzt nichts falsch machen und aus diesem Grund verlieren wir an die Alternativen. Aktuell ist es aber immer noch so, dass man verschiedene Alternativen natürlich auch hat. Es ist glaube ich keiner da draußen, der sagt, ja ich kann jetzt hier gar nicht mehr traden. Aber falls sich dieser Trend dahin bewegt und weiter auch verstärkt, kann es auf jeden Fall sehr gefährlich werden. Und jetzt habe ich auch immer wieder die Frage gesehen, welche Börse ist denn jetzt die bestregulierteste? Und da bin ich ganz klar der Meinung, dass es Nuri, Nuri, früher bekannt als Bitwaller, die sind in Berlin ansässig. Das ist jetzt nichts Bezahltes oder so, aber falls ihr da wirklich Interesse habt an einer voll regulierten Börse, schaut mal in den Link hier unten in der Videobeschreibung. Falls ihr da das erste Mal tradet, bekommt ihr auch 35 Euro und ich bekomme auch einen Bonus, da haben wir beide was von. Also falls euch das interessiert und ihr wirklich auf einer voll regulierten Börse sein wollt, dann ist glaube ich Nuri als glaube ich einzige Alternative wirklich hier in Deutschland, als große Alternative hier in Deutschland auch die einzige Wahl. Alles andere werden wir natürlich abwarten müssen, wie die Börsen reagieren werden, wie die einzelnen Behörden reagieren werden und dann werden wir schauen müssen, ja welche Börse bleibt dann eigentlich noch übrig, weil zum Beispiel auch diese indirekten Lizenzen durch Dienstleister, das ist eigentlich auch eine sehr gefährliche Sache, weil sie dann indirekt eine Haftung haben, aber die Börsen kontrolliert keiner. Da geht keiner von der BaFin hin und schaut sich die internen Systeme von Binance und Co. an und aus diesem Grund ist schon sowas eigentlich nicht schlecht, wenn man auch hier in Deutschland ein Unternehmen hat, was vollständig reguliert ist. Da gibt es auch zum Beispiel Einlagenschutz bis zu 100.000 Euro, das gibt es glaube ich bei keiner anderen Börse und aus diesem Grund sollte man natürlich dann immer abwägen, was möchte ich überhaupt, möchte ich jetzt eine komplett regulierte Börse mit weniger Alternativen, mit weniger Coins, aber bin dann auf der sicheren Seite oder möchte ich trotzdem auf diesen Börsen unterwegs sein, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Kommen wir jetzt zum Update des Bitcoin-Charts, wir haben jetzt hier einen Hoch hingelegt bei etwa 42.700 US-Dollar, als kurze Erinnerung, im letzten Video waren wir noch hier unter der roten Box, ich habe euch gesagt, die rote Box wird essentiell und wir sind genau dort abgeprallt, was auch noch interessant ist, im 4-Stunden-Chart im 21er EMA haben wir das Ganze jetzt nach unten durchbrochen, konnten jetzt hier diesen Aufwärtstrend hier erstmal nicht weiter halten, weil wir auch hier vor allem ein tieferes Tief gebildet haben. Jetzt wird es natürlich interessant, wie tief geht das Ganze, ich habe ja noch diese grüne Linie drin, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, im vorletzten Video haben wir noch darüber gesprochen, da waren wir hier noch beim Breakout, habe ich euch gesagt, diese grüne Linie könnte als Support dienen, genau das haben wir getestet und sind dann in die rote Box jetzt hier reingelaufen, auch hier wieder, falls wir hier weiter runter marschieren, wäre es natürlich sehr gut, falls wir hier dieses alte Hoch noch halten können und dann wieder nach oben marschieren, ein höheres Hoch bilden. Was wir aber immer noch klar sagen müssen, auch wenn natürlich jetzt die Dynamik reingekommen ist, wenn wir mal ein bisschen rauszoomen, werden wir sehen, dass wir immer noch in der Range sind, in der wir schon seit Anfang oder Mitte Mai drin sind, seit dem etwa 19, 18. Mai, seit dem Dump hier und es ist im Prinzip nicht wirklich viel passiert. Natürlich haben wir eine sehr schöne Bewegung hier aus der Range, ganz unten bis nach ganz oben gemacht, aber den Breakout nach oben nicht geschafft und wenn man sich anschaut, wo das Volumen liegt, dann werden wir sehen, dass genau auch in diesem Bereich, wenn wir hier diesen Breakout schaffen, aus dieser roten Box und dieses Hoch hier auch rausnehmen, dann ist der Weg auch frei wirklich für 46.000, 47.000 US-Dollar. Bis dahin muss man natürlich aber warten, bis der Breakout kommt und natürlich auch den Blick nach unten bewahren, weil wir immer noch, ja, nicht ein höheres Hoch hier aus dieser Range geschafft haben. Man kann natürlich auch hier wieder das Fit Retracement nehmen und uns anschauen, wo die wichtigsten Bereiche sind. Aus dieser ganzen Bewegung, da aktuell sind wir sogar, ich zoome mal noch ein bisschen rein, dann sieht man es, glaube ich, ein bisschen besser, da sehen wir jetzt aktuell, wenn ich es genau anlege, dass hier die erste Marke, die wichtig ist, die 38,2% Linie bei etwa 37.400 liegt, die 50% Linie bei 35.800 US-Dollar und das Golden Pocket ist genau auch hier in dieser ersten Konsolidierungs- beziehungsweise zweiten Konsolidierungsphase beim Breakout hier, bei der Aufwärtsbewegung bei 33.700 bis 34.200 US-Dollar. Das sind die Marken, die man auf jeden Fall auch im Blick behalten sollte, falls man irgendwie den Fokus nach unten setzt. Alles andere werden wir natürlich weiter schauen müssen, aber diese Bewegung ist jetzt natürlich auch nichts Verwerfliches. Wir müssen abwarten, ob wir wirklich hier die grüne Zone hier nochmal antesten, was natürlich auch sehr schön wäre, wenn wir einfach hier einen doppelten Boden hinlegen und dann nochmal eine Bewegung nach oben machen und dann nochmal die rote Box angreifen. Trotzdem sind wir, wie gesagt, in der Range, ist nicht wirklich was Wildes passiert. Natürlich sehr schön, dass wir hier das unten vor allem halten konnten. Wenn wir hier runtergefallen wären, wäre es sehr gefährlich geworden, aber Stand jetzt haben wir es gehalten und konnten hier auch sehr schön hochmarschieren. Jetzt aktuell wieder ein bisschen ruhiger natürlich, aber falls es da neue Entwicklungen gibt, halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden. Ja, das war auch schon das Video für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft mir wirklich sehr. Abonnier auch den Kanal, dann verpasst du keine weiteren Updates. Ansonsten sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.